Wie sehen denn oft unsere Gebete aus? Das ist wie Fernsehen gucken. Gott sitzt auf dem Thron, ich rede, Gott hört zu, Sendung Ende, ich schalte aus. Jesus aber betete stundenlang und zu untraditionellen Zeiten sogar die ganze Nacht hindurch und sagt, ich brauche eine Antwort und ich gehe nicht weg, ehe ich sie habe.